Untertitelung des ZDF für funk, 2017 mit Gorken, behaart und mit böser Visage. Dann hat man sie aus dem Urwald gelockt und die Welt asphaltiert und aufgestockt. Bis zur 30. Etage, da saßen sie nun, den Flöhen entflohen, die zentral geheizten Räume, da sitzen sie nun am Telefon. Und es herrscht noch genau derselbe Ton in seiner Zeit auf dem Boden. Sie hören weit, sie hören fern, sie sind mit der Weltanenfüllung, sie putzen die Zähne, sie atmen modern. Die Erde ist ein gebildeter Stern mit sehr viel Wassersprung. Sie schießen die Briefschaften durch ein Rohr, sie jagen und züchten Mikroben. Sie versehen die Natur mit allem Komfort. Die fliegen steil in den Himmel empor und bleiben ein paar Wochen hoch. Was ihre Verdauung übrig lässt, verarbeiten sie zur Watte. Sie spalten Atome. Sie heilen mit dem Zest und sie stellen durch Stiluntersuchung fest, dass Cäsar Plattfüße hat. So haben sie mit dem Kopf und dem Mund den Fortschritt der Menschheit geschaffen. Davon mal abgesehen. Wenn nicht gebetrachtet, sind sie im Grunde noch genau die alten Acht. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.